willkommen auf meinem kanal und willkommen zu einer neuen folge der vorerst der käme wohl müssen oder im brot da lang ich hab daran weil ich das bestegebiet da haben wir auch schon lang laufen sie ja wir müssen da dann müssen da mal einfach durch rein in die olga nicht schon wieder die frau ich weiß wo du die wurde das booting gemacht hast ja ich kann mal das spiel speicher ich wollte mal spielen wollen wir einen tag machen wollen wir kurz schlafen so schlafen weißt du das witzige über schlafen was ich mir nicht was dann muss nachts schlafen sind halt bei dir leute in der näherste ja du schläfst die war weg am tag weißt du was ich mein weil die dachten sich aber schlafen wir töten ihn doch nicht aber am tag sind die tage manchmal weg weißt du schläfst das stimmt hey da ist der ankert er die berg guck dir doch mal deinen riesigen anker an kann aber auch passieren in einem tag so dass es noch einmal dastehen ja kann auch passieren ich stelle dir mal vor schläfst du hast fünf leuten und zehn leute so 500 leute da ja das kann passieren das wäre auch cool wer von feature einstehen könntest umso mehr leute in der welt sind dass die umso mehr leute mitspielen desto mehr gegner kommen ich habe acht leute ich habe acht leute kommen mitspielen soweit ich weiß also für die 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 meine projekte schon verfolgt haben auf dem wir wissen dass ich jetzt nicht so die beste bin zu eher um zu floßen aber ich krieg das schon hin um zu floßen genau ach bist du bleib hier ach so du bist doch gar nicht drin nein jetzt fahr eine Bootsfahrt ist lustig eine Bootsfahrt ist schön und wir wollen heute den heißen auf der Neuretseeküste am Neuretseeküste am Neuretseeküste ne Frage du weißt nicht was da gibt weißt du nicht oder das wo du jetzt hinfährst ja aber du weißt nicht was da ist oder ich habe noch nicht die Insel gesehen ich habe die noch einmal bemerkt okay passt was ist da es wird doch nur sehen ich glaube ich gehe noch zurück komm jetzt fahr ist ok ist ok ich fahr ja schon es gibt eine über dir rüber hallo oben ist hier auch gerade aus der Seine das Feuer angezündet was blutes du hast ein bisschen Ketchup da oben ja genau ja genau Ketchup hast du beim Essen ein bisschen geklärt noch ja genau haben wir nicht essen wiii einfach mal lau ah ich habe nicht warte 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 ich schaue mal gezogen ok das erste mal will ich schauen was da alles zu sehen warte ich komme gleich warte ich komme gleich ich würde lachen wenn wir heute treffen ah komm jetzt ich komme doch schon und oben 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 komm 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 very weird fahrh when high What the heck? Hello? Hä? Wo hängt der mich hin? Okay. Ah, Sebastian hat's gegrubbt. Was zur Hölle? Will ich weiter? Was ist da? Übrigens ich höre dich nicht. Tschuleaun, geh von da aus. Armbrust? Ich hab einen Armbrust. Geil, das hat sie jetzt schon gelöst. Hier, da riecht du drauf. Das ist ne Karte? Nein, das ist keine Karte. Ist das ein Bauplan? Jetzt gehst du ins Baumenü, dann hast du nur die Rezepte. karte alte fotos ich glaube aber das sind doch ganz rechts ganz rechts ist das alter topf das muss die karte sind sie eher nicht mit 1 2 minister ach so ja dann gehst du ins baum ne ich sehe es kreuz was kirche sag ja es ist geil guck dir mal die bilder dahinter an oder das oben sind alter ein leicht verstörend aber ja wir müssen wir müssen das ist das schiff ja ist die armbus besser wie hier sind noch armbus teile sind die armbus teile die armbus feiler die sind da oben ich kann ja aber nichts auf den ok ich darf schon dass ich da auch strafe machen ich gehe mal raus und ich glaube das spiel ist eigentlich so verstörend ich bin jetzt auch ein sarg bauen wir könnten scheiß sarg bauen was ich wollte einfach ich baue ich schaue in den grab ich baue ich dir doch lieber ein sarg ja ja ist aber es muss doch sonst irgendwas sein oder ja lass uns doch mal gucken hoch da hoch das bein es fühlt sich automatisch nach luft nein und die musst du selber die können gerade nur scheiß kirche bauen ich baue die safe ich baue mit wir bauen die safe von seiner base ich sag das das ist am besten mit dem floß in die nähe von von uns gehen weißt du was wir machen müssen wir müssen ein floß so eine markierung machen mit gefahren hast du eine frage wie viel stück hast du noch ich habe und habe und habe und das aber ich werde gleich welche verbrauchen eigentlich kann ich bauen wo sind so eine fahne also so eine markierfahne ja nun ähm warte mal ein bisschen weiter ich hole mich noch was ok ich gucke ok leute dann sind wir jetzt so leid jetzt so aus der tippseidern hat sie noch so das weiß ich nicht ähm freies bauen müsste es doch sein also heißt was kann man denn ich hab das noch gar nicht alles gesehen man kann ein holzziel bauen so dann mach ich das doch mal da hin zack 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 wunderbar jetzt haben wir eine weitere fahne die uns die ganze Zeit nervt hab ich das nicht toll gemacht heute ja ich hab das nach vorne gemacht so feuer ein bisschen geld verbrennen und zurück segeln eine bootfahrt sie ist hoffentlich hat er noch die aufnahme an ich saß durch Hilfe ich komm hier nicht weg ich komm hier nicht weg super wir haben uns festgefahren ähm scheiße wenn ich ihnen das erzählen dass ich mich dafür ah yes ich hab's ich hab's ich hab's so jetzt eine bootfahrt hallo hallo ist wie verarschen ah jetzt eine bootfahrt ist lustig eine bootfahrt wie ist schön wie das bebuff geendet ist wollen wir nicht ich bin super in diesem shop das weiß ich ganz genau wenn die aufnahme noch anders mach ich mich zum klauen dann 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 da wenn helve ich ich weiß das ist richtig hoffen wir mal nicht dann dann da sind tausend weg nah ich könnte was einfach carriage Hinstellen, ne? Der wird sterben. Dann will ich hier noch ein Getränk, ne? Ein gerades Getränk. Wollen wir das eingehen? Ah, scheiße. Oh, ich bin wieder da! Oh, warte mal. Oh, Eingeborene! Ist die Aufnahme noch an? Äh, ja, ich nur an. Warte, ich will nicht mehr. Scheiße, ich hab mich zum Clown gemacht. Warte mal, warte mal kurz. Warte mal. Oh ja, was? Ich hab mich komplett zum Clown gemacht. Warum? Weil ich so ein bisschen Spaß gesungen hab, so halber. Und ich hab's irgendwie misserzählt gesagt. Aber ich dachte, die Aufnahme ist irgendwie... Okay. Scheiße! Und du lässt es drin so richtig kennen. Ach, gut. Ja, du lässt es definitiv drin. Ja, will ich. Hilfe! Hilfe! Oh, soll ich's rausschneiden? Nein, du kannst es ruhig drehen lassen. Ist okay. Ist okay! Ich immer mich gerne für deinen Kanal zu Clown. Erst du weißt doch, die Freundin von meiner Mutter, oder? Du weißt schon, dass wir noch einen aufnehmen. Ja, ja. Ich hab keinen Namen. Okay. Das ist der, was ich meine, oder? Ja. Ich... 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 Wie geht's dir? Ja. Kann ich gut fahren? Ja. Hast du etwas auszusetzen, ne? Bisschen langsamer, aber ja. Ja, wir haben das billigste gebaut. Ah, hier waren wir mal die Stelle, wo ich nicht mehr hochgekommen bin. Das war hier, ne? Ich bin da nicht mehr hochgekommen. Ich dachte mir nur so, wie, wie komm ich hier jemals wieder weg? Ja. Hm. Erzähl mal ne Geschichte für deine Zuschauer. Willst du ne Geschichte auch? Irgendeine. Gute zu werden. Wollt ihr euch erzählen, was... Oder bei mir war's bei Geschichten? Nn... Das, äh... Vielleicht dann... Nicht über den Brief. Du hast gesagt irgendeine. Na, na... Also... Na, das... Ist okay. Das sollen die Zuschauer nicht wissen. Okay, ja. Ich hab mir erzähle eine Geschichte. Ja. Ah, scheiße. Ich... Ich fahr grad auf ein... Wolltest du eine Geschichte erzählen? Nein! Oh, erzähl sie eine Geschichte. Nein! Nicht die! Na, okay, gut. Ich fahr. Ich fahr. Fahr einmal. Keine Ahnung. Ähm... Es war so. Es hat auch... Es hat auch was mitgetun, wo du bei mir warst, aber... Nicht das, was du denkst. Ich fahr mal. Ich fahr mal. Ich fahr mal. Ähm... Es war so. Wir sind in der Tierpark gefahren. Nach dem Schimpf rum. Ah, okay. Das kannst du erzählen. Das weißt du nicht mehr, oder? Ja. Nein! 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 ich möchte nicht okay was sind die leute jetzt los mit ausreden wir sind halt und dann die mit dem flamingo herkommen also gar teig bedachten halt da ist halt der ente der aus dem maul hat der futter feist im mund auf einmal kommt die ente hoch und wir sehen die sitzt auf einem anderen ente zu raum könnte weil es sich die gepaart haben aber ja das andere hast du nicht erzählen ich habe einen schönen schlau tschüss als du hast im schlau im mund jetzt immer lieber was für dich ein stein in deinem gesicht ja und ich habe sprengstoff ich habe die meister ich will das jetzt so gerne auf dich schießen ja man ich muss den sarg für dich bauen ja ok du baust die kirche und ich baue die sarg ich seh oder was ja ganz ehrlich wir bauen jetzt echt ein friedhof gut das ist was geil wäre angst du hast du das achten jetzt weil du dich in die balken legen kannst ja das war schon geil das müssen wir auf jeden fall testen aber das testen wir dann in meiner wir bauen mir so einen fetten Friedhof da auf oder wir machen das ich glaube die leute sind da schon ja auf jeden fall wollen wir das dann in meiner aufnahme machen wie so einen schönen friedhof bauen und die ich bin die ich werde ich mich in den sarg einsperren dafür warum bist du rot weil so ein fahrer einmal gestanden ist deswegen finder einen weg in die felswand ja ich weiß was sie meinen ok beendest du jetzt deine aufnahme was wollen sie doch was sagen es hat sehr viel spaß gemacht und wir bauen jetzt sind bei mir im friedhof